so sollte und willkommen zurück zu einer neuen folge von terraria am montag gab es gab es gar keine folge von terraria das tut uns leid aber wir haben es einfach zeitmanagement am wochenende gar nicht hingekriegt irgendwie was zu machen wir haben auch nichts geschafft irgendwie per live stream zu bauen deswegen machen wir weiter wo wir am freitag aufgehört haben mit dabei ist der pascal und ja also ich glaube ich noch relativ klar was wir zu tun haben also daniel wollte das haus weiterbauen und aus kalt sollten bis hier unten den haus ausbauen und ja genau und janik ist einfach ein bisschen dabei um zu finden so standard hat bei janik wird uns erfahrungsberichte teilen ich meine die kann dann uns nicht geben das ist richtig aber ich habe keine lust das ist wiederum auch richtig und es gut gemacht hat ohne super so wir wollten aber runter mal ein bisschen nimmig oder schon ein bisschen bisschen rum sie gibt es erst mal wieder auf die schnauze und und wir sind gerade richtig scheiße dass sie das lachen doch nein ich mag keine unerwünschten gäste weil es ja nicht angekündigt da könnte ich mal wieder so ein paar geschichten erzählen über gewisse person aber ich glaube das gehört in die aufnahmen bei gewissen personen eventuell die aufnahmen angucken könnten also also nicht die gewisse person vom letzten mal eine andere gewisse person naja eigentlich stichwort nämlich oma genau weiß ich doch nicht mehr bestimmt ich glaube schon dass er ihr bescheid gesagt hat ich bin ich sterbe dann hört oma aufkommen alter was kommt denn hier noch alles begegnen ich bin auch immer noch bei mir selbst im keller ist gerade ein zombie reingekommen leute pass mal auf ja da da war ich gerade habe gerade ein zombie getötet in unserem kilo das noch eine das noch ein wasser und deswegen kann das vielleicht ein der spielte eine typ eigentlich nur mit taser spieler 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 spiel Ich bin ein bisschen lebendig. Gut. Daniel, wo ist denn das Feuer? Du hast ein Feuer doch hier. Wir sind in den Winter. Danke. Es heilt uns nämlich wieder. Einfach sicher nicht. Warte, Steinschwerter? Können wir die eigentlich schon machen? Warte. Das ist jetzt die Frage. Ich kann eine rosa Vase. Ich kann mal krass, während der Nacht irgendwie nach außen zu gehen, um das Haus zu bauen, weil das viele Monster sind. Oh, guck mal. Ich mach rote Ziegel. Bam, ich mach Ziegel. Ich hab Ziegel gemacht. Ich bin voller Badass. Ich hab keine Ziegel machen. Ich bin jetzt hier... Hast du rote Ziegel? Dann werfst du mir mal hin? Warte. Ohne Momento Popper Bord. Bitteschön. Zehn Stück aber leider nur. 14. Ja, du hattest noch vier vielleicht. Ich hab nur zehn gemacht. Komm her. Na komm. Bam. Komm her. Na komm. Du komisches Fliegen ist etwas. Ich töte dich und deine Familie. Ich werde dich suchen. Ich werde dich finden. Und ich werde dich töten. So nach dem Motto, ich kam, sah und siegte. Ich bin der Jedi Knight hier. Freut ihr euch eigentlich auf den neuen Star Wars Film? Ja, auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht, was daraus werden soll, aber eigentlich schon. Die Kreuzritter jedes Mann, hallo? Nee, Mickey Mouse als Seeliritter, als Obi-Wan. Boah, was ist denn das für ein Sch... Ja, deshalb empfehle ich dir, äh, empfehle ich uns einen Kupfer zu farmen, das wir halt eine Rüstung kriegen. Ich dachte, ich wollte mir erst mal ein Schwert machen, ich hatte nämlich ein Holzschwert, aber ich weiß nicht, was ich... Oh, shit. ...was ich brauche, um ein besseres Schwert zu bekommen. Komm her, komm mal hier runter. Normalerweise geht man auch zuerst, äh, ganz viele Erze sammeln, aber wir machen einfach mal schon Hausbau am Anfang. Ja, wir sind YOLO. Wir sind einfach die YOLO-Nights, ne? Es gibt Jedi-Ritter und die Sternenkrieger und wir sind die YOLO-Nights. Oh, hast du eine Höhle gefunden? Ja. Geil. Ich bin auch ein schönes Begrüßung von mir. Hi. Warte, warte, gehen wir runter. Den mit denen möchte ich Hallo sagen. Was war denn? Hört ihr ehrlich oder wie? Nö. Ich hab mich runtergebrochen in die Gruppe! Hä? Ich kann dich gar nicht runterbringen. Du. Kleiner Wichster. Ich kann noch gar nicht, ich kann nicht gar nicht schlagen, du bist in meiner Gruppe. Hä? Du bist in die Gruppe rausgegangen? Nein. Das sehe ich doch auf der Karte. Hast du auf das Schwert geklickt, Daniel? Nein, ja. Ja, nein, es ist automatisch, äh, darf nicht angreifen. PvP und wir sind in der gleichen Gruppe. Ich hab ihn aber nicht angegriffen, meine versprechen. Er hat mich runtergeschobst, diese Wichserschlampe. Sicherlich, dann, ich hab auch nichts anderes zu tun. Er ist eine Wichserschlampe, oder? Was ist, was macht ihr da? Oh, Daniel, du bist echt ein Genie. Super. Ey, du bist echt der schlauste Mensch, den es gibt. Ey, du wirst dich zuerst in der Luft. Ne, ich hab dich gar nicht runtergeschlagen. Ich wollte deinen Weg runter bauen. Ich fahr einfach runter. Ich fahr einfach runter. Ich fahr einfach runter. Ich fahr einfach runter. Warten. Wie soll ich sonst runtergefallen sein? Inkompetenz von Daniel hat wieder zugeschlagen. Ich hab nicht mehr was gedrückt, wenn der es gesprungen ist. Okay, wir machen jetzt eine Abstimmung hier in der Gruppe. Wer ist dafür, dass es da jetzt Inkompetenz war? Wer ist dafür, dass ich es war? Ja, ja, ja. Ohne Scheiße, ihr seid wirklich da. Alter, was seid ihr für ein paar Lappen, ja? Ey, kein... Oh, wow, warst du den großen Hör? Oh, wow. Heißt du? Einmal will ich freundlich sein, unter dem Weg nach unten bauen. Schon werde ich vielleicht gesagt, dass ich wieder alles töten werde. Das ist halt wirklich, Leute. Ey, dann fick dich! Nehmen uns! So, da gibt es nur eine Möglichkeit. Da ist wieder ein Stein. Sorry, Leute, da gibt es aber nur noch eine Möglichkeit. Warte mal, warte mal, warte mal. Können wir das Wasser ablaufen lassen? Oh, oh! So, Leute, da gibt es nur eine Möglichkeit, aber gut, ne? War schön, euch gekannt zu haben. Hä? Wieso? Na ja, ne. Was hast du jetzt gemacht? Nichts, nichts. Was hast du gemacht, Dominik? Nichts, nichts. Ich baue nur ein bisschen. Rescue, dass die Bombe gibt's. Gehst du rechts weiter, Daniel? Ich baue hier ein bisschen Stein ab. War geil, ich will hier wieder hoch, weil wir wissen, was er da oben macht. Warte, dann nimm dir doch ein bisschen Stein. Ab Stein. Warte hier. Dankeschön. Guck mal, da kann man hier nochmal schön. Dass wir ihn mit der Fackeln hier lassen. Ups. Da hast du eine Spitzhacke mit? Ja. Gut, die könntest du gebrauchen. Ohne? Ohne? Hat der uns ja jetzt erst auf eingegraben war? Warte mal, ey. Ach, Quatsch. Nein, das würde ich nicht eingegraben nennen. Wir würden vielleicht eine andere Option eines Hauses nennen. Alter, den Ernst. Wir sind in einer Gruppe, weißt du noch nicht. Jetzt geht das schon wieder so los. Alter! Was hat er gemacht? Guck auf die Karte einfach. Guck einfach auf die Karte. Kann ich nicht. Du kannst das Tabulator-Taste drücken. Oh ja, gleich, warte. Ja, du mach einfach mehr Minus. Er hat einfach zugegraben, Maga. What the f... Alter, was soll der Scheiß? Nur weil wir gesagt haben, du hast mich runtergeschöpst. Du hast mich auch runtergeschöpst. Ja. Nein, hab ich eben nicht. Ja, Maga! Ich bewege mich so, oder was? Man, kann ja sein, dass du einfach irgendwo runtergefallen bist. Keine Ahnung, Block oder sonst so. Du warst einfach so fasziniert von den komischen Geschöpfen der komischen Viecher da, dass du da runtergefallen bist. Hm, hier ist irgendwie ein Denker-Fehler. Was ist da? Ein Denker-Fehler irgendwie. Glaub ich nicht, dass wir uns treffen. Du übersprichst ja auch grad zwei auf einmal. Ja! Ich ertrinker! Nein, Pascal! Du verlierst ja eine Money. Ich töte mich selber, okay? Ja, du verlierst ja auch eine Money den Men. Ja, ich hab ja nicht viel. Hm. Ich hab 15 Silber oder so. Ach, da ist der Denker-Fehler. Baut mal eure scheiß Kreuze ab, die sind scheiße aus. Ja. Dann ist fürs Haus-Spawn zuständig. Ja, aber da ist ja kein- Oh, Really? Da war ein Kreuz drin. Really, Nigga? Really. Aber nee, das hab ich jetzt nicht gesagt. Pascal, wie konntest du das noch? Was hat er denn gesagt? Er hat keine Beleidigung oder sonst was gesagt. Really? Mit Jan? Hab ich gesagt? Ja, ja. Sicherlich. Das andere wäre auch keine Beleidigung gewesen, ja. Ähm, wollen wir das Haus noch ein bisschen in die Sänge bauen? Also, ich hab jetzt mal eine Frage, ja? Was hattet ihr davon? Findet ihr wirklich, dass das Neger eine Beleidigung ist? Eigentlich nicht so. Aber die anderen finden das ja immer alle. Ja. Ne, ich meine, ich finde, maximal pigmentiert den Nicht-Europäer, finde ich viel fremdenfeindlicher als Neger. So, dann bauen wir hier doch mal ein bisschen... Ben schon heißt das Neger, nicht Neger. Ne, Neger ist ein Land. Also, der Neger ist dieser eigentlich. Ja. Ich hab ja noch ein paar Ziegelsteine. Weißt du, die Leute wundern sich einfach, warum Janik jetzt andere Stimme hat als vorher. Ja. Was? Ja. Wir hören mich ja auch. Hä, wie so. Naja, aber vorher zähl, ich bin jetzt mit Janik. Duh. Ja. Ja. Wir mussten ja die abträgen. Ich hab noch ein paar Rote Ziegel, die bräuchte hier aber. Wir bräuchten nämlich noch ein bisschen Kupfer ernst. Warum machst du da oben? Daniel, da oben kommt Natur hin. Nein, das sieht scheiße aus. Hier soll Natur hin. Was? Stopp. Daniel, Daniel ist der Architekt, der kann bauen, was er will. Ja, ich brauch die Rote Ziegel aber für unten. Ja, das ist schlimm, bitte. Ich suche welche. Ich hab das meine. Das ist ne Kampfansager. Ach, Mann. Okay, Welt erkunden. OP-Items suchen. Daniel ficken. Ohne Scheiß, was kann ich machen mit? Ich mach mit. Ich stoppe, was kann ich mal mit. Alter, was hab ich jetzt schon wieder gemacht? Nee, ich wollte einfach nur die Wetterkunde. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Ich will nur die Wetterkunde. Nee, ich will alleine die Welt erkunden. Uh, blaues Team, ja. Pascal ist offiziell nicht mehr in unserer Gruppe drin. Wow. Pascal ist nur alleine sein. Mein Gott, der Spasti noch mit, ey. Spasti. Spasti's. Spasti's folgen mir. Ja, deswegen komm ich auch hinterher. Oh, jetzt die Kiste abbauen. Au. Ey, wieso kann ich die Kiste hier nicht abbauen? Deine Kiste mach mal mit Spitzhacke. Was ist denn das hier? Hat hier jemand schon gebaut? Ja. Hier hat bestimmt Wasabi also gebaut. Hätt ich die erreicht alles rausnehmen müssen, oder? Also unentschieden ist safe. Geil, Alter. Ja, ne, carry das sagt er. Ja, ne, carry das sagt er. Geil Spaß beim sterben, Dominic. Geil. 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 Boah, ich komm da nicht rein. Dominic, bring mir ein bisschen Kupfer mit, weil ich brauch noch was für Boden. Schatz. Ich hab mir jetzt einfach ne Brücke. Ich hab Kupfer gefunden. Ja, dann bring mir was mit bitte. Die Truhe. Da ist die Tupper. Bombe ist Banana. Bombe ist Banana, Banana. Spieg da auf... Nee, nicht Mirage. Inferno spieg da. Ach so, ja. Wie jetzt? Ich kann dem Slime kein Damage drücken. Komm her! Ja komm! Komm! Damit hab ich das ja schon mal. Glaubt ihr eigentlich auch daran, dass... Ich hab mal einfach nur so ein Denk... äh, so eine Frage. Wir sind jetzt grad so bei Ningern und sowas grad gewesen. Ja. Aber glaubt ihr, dass, äh, Jesus weiß oder schwarz war? Äh, das ist... Ohne Scheiß, hier müssen wir eigentlich hin. Leute, ich hab keine Straße. Hey Leute, ich brauch hier grad das Haus weiter. Ihr könnt mir jetzt nicht... Kommt mal hier steigen. Ist das standardmäßig hier so, Pascal? Ja, das ist so ein kleiner... Pascal, ich hab keine Strafe bekommen. Boah, das ist cool. Echt nicht? Was hab ich überhaupt nicht ans? Boah, das ist ja cool. Daniel, du baust das Haus weiter. Du hast dich dafür entschieden. Ja, bring mir wenigstens Kupfer mit. Mach ich doch schon. Wir bringen schon Sachen mit. Bleib ruhig. Nö, also ich hatte... Denk ich nicht vor, was willst du bringen, Pascal? Du nicht? Nö, warum sollt mir denn Daniel was mitbringen? Dankeschön. Ich meine, es ist ein Daniel. Was ich sag? Ne, nur mal. Und selbst Daniel, selbst Daniel. Sag dir aber. Okay, dann nicht. Dann nicht, wenn du nicht willst. Weißt du und dann... Du guck mal, da ist ein komischer Geier. Ich werde einfach mal aufpassen. Ich werde aufpassen. Bist du die aggressiv? Nein. Kannst mit dem kuscheln. Okay. Kannst mit dem kuscheln. Ok, ja. Kannst mit dem wolle Knolle machen. Was hältst du denn hier schon mal? Ähhh... Das drocken der? Äh, Fehlern, wenn du kaputt kannst. Kupfermünzen. dass man das alles ganz schnell wieder in die kiste bringt der sand fällt ja runter dann hier ich bin jetzt zu hause ja bitte ich habe die kopf zu geben ob ich glaube ich gleich ein sparschwein hallo wasabi wir haben dann ausgefunden ein paar schritte weiter von zehn bis zehn fliegende ein stück ja und wir haben rumgelegt wie sauberstab mit dem ich blätter herzaubern kann blätterig ist das überhaupt adjektiv was man verwenden können nein nein so scheint so oder hat pascal das gesagt kein so passt mir was er äh dominik trust me hi erst mal danach googeln upsala ups hier 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 runter hier gehts richtig geht du mal kurz weiter erkunden ich hab's in die hülle gefunden oder hat hier ist noch ja wir haben schon gleich wieder in die blöde wo ich jetzt irgendwas rotes hatte ich kann mal mit dem spielst du ja mit dem spielst du ja mit dem spielst du ja hier erinnert sich auch die erde wird die ende erde auch anders farbig alles sonst sonst würde ich auch gleich ja weil wir sehr tief sind sorgst du für nicht dominik was ich ja abbauen kann da würde ich nicht danken kommst du warte ich habe das zum bauern hochdingsen pass auf guck an ich kann zaubern hmmm wo sei äh du hast du das äh äh ja klar hast du Licht ist ja eh bloß der furchtbar schießt auf dich ja 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 da unten sammelt die silbermünze ein die ist sehr viel geld wert dann gehen wir nach oben warte da warte da ich komme zu dir wir sammeln hier schon ganz viele materialien ich hab schon das egal wir auch mal gucken ich gleich auch in die andere richtung mein gott wir können ja noch nicht durch drei teilen das ist technisch unmöglich ja siehst du ihr habt mich immer nur ja dann die siehst du wir haben wir haben wir haben wir und domenik daniel schimpf euch schimpf euch ich schimpf euch ich schimpf euch du musst gleich wieder den käfer zwölten der kraftschule auf mein bild des warum hier sind viele bäume ja genau das hier unten ja das da unten ist meine truhe mit dominik ja nicht nur da noch und war ja da lieber kein gar nicht mehr angreifen achtung der gräber den hat getötet auch da haben wir super drei glibber der krieg dann ich hatte so 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 rocken wir die ganze auf seiner seite es kommt ja alles noch das silber sammelt das mal ein ich gehe mal dann in die linke richtung und erfunden damals der loke hat an ich meine das hier was hier steht nein das ist nicht das ist aber zwei wänden ja das ist auch von pascal keine ahnung was okay hier ist grundwasser das wollen wir nicht weiter probieren aber hier ist noch kopf war dann ganz umgestürzt das ist radioaktiv das grüne was bringt ja natürlich dass das nein das sind immer sind die wichtig nein nein ich gehe das mission nicht weil da geht es in diese region wo diese wärmer gibt dann wir sind schon lange in der region ja natürlich wir sind ja schon in einem der tiefsten punkte der ja es gibt ja noch die hellen gibt es noch ein bisschen kopf war mein kopf war mein kopf war mein das ist das das ist das was das hier überhaupt gestein keine ahnung bau es ab mach es doch warum was ist das natürlich ist das amistiet 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 was ist das eigentlich da oben für komische tun das weiß ich nicht aber die mit dem hammer nicht kaputt machen war das irgendwie so probier es einfach aus ich probier es aus ich glaube ich steppe dadurch irgendwie war da mal was was meinst du die leuchten irgendwie komisch kommt mir so vor als wären die aus der unterwelt nein was du meinst war die jetzt die die lava in sich zu bauen denn wenn du sie abbaust die aus der hölle aber 50 schaden will ich das angreifen ich krieg 50 schaden will ich da mit dem hammer ich glaube man kriegt dabei 50 schaden und danke 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 dass uns das gesagt dass ich jetzt schon bekommen hast du nicht auf janik gehört denn ich hatte gesagt jetzt immer auf janik gehört ja ja nicht aber jedes mal wenn du es erneut abbaust kriegst du schaden die leute an hier natürlich ist ein jaja so kopf war kopf war noch ein bisschen kopf war noch ein bisschen okay okay ja kein witz alter loki und kein wird kein witz kein witz er wird sich das auch nicht sein die spiele spielen hier ist aber einer kein witz er ist richtig witzig das ist geil ja 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 ich sag von die folge zu ende ist ein bisschen glaube ich müsste ja noch uns für montag entschuldigen deswegen machen wir es ein bisschen länger und ich renne nach hause vielleicht keine lust mehr auf dein gesicht hat das ist schon umweg also das darfst du nicht machen wieso ja nicht nein das ist auch nicht fair lalalalalalalalalalala Pascal ist jetzt alleine und das nicht mit unserer gruppe lalalalalalalalalalalalalalala natürlich hier sprich genau hoch wenn ich hoch sprich du fixer das ist auch nicht das ist auch nicht ich weiß sie seht jetzt gerade relativ wenig aber das liegt einfach daran dass ich gerade in der dunkelheit ein bisschen kämpfen muss aber gar nicht kommen da schon wer lässt jetzt hier wen entsteht ah fuck irgendwie klar also ich lass dich auf gar keinen fall im stich weil ich dich vor diesem Viech retten gut dass man mich nicht durchhalten kann ja ich stand hinter dir ich hab dir ein faschisches den kopf gerotzt da ist noch ein mann wo ist es schon wie wir beim messer los dominik Daniel renn oder hinten lol kein witzes jetzt bei der ähm autosniper lol durch red dominik wir können es auch lauf nein 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 er greift mich an er greift mich an er greift mich an lauf daniel auf den lauf nein kein witzes beim mg dann kommt er kommt er kommt er kommt dann ja kommt aber es gibt gas da kommt gib gas so will ich neiii ich hab ne 19 live ich hab ne 19 live ich hab ne 19 live er greift an er greift an wow da dir renn 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 hat es geschafft er hat so heftig schaden eine ahnung das war es für die heutige folge mit dem marathon ja haben wir die volk beendet und dann mal sagen ich habe euch gefangen wir sind vielleicht beim nächsten mal wieder bist du anstatt und